Gut, dann würde ich sagen, wir machen mit unserem Nachmittagsprogramm weiter. Ich freue mich jetzt sehr, dass Philipp Knaus da ist, Autor und Produzent, hat für so Filme wie Der Sandmann oder Schmitz Katze bei der Produktion mitgewirkt und hat mir schon letztes Jahr etwas sehr Spannendes vorgestellt, wo er daran arbeitet. Nämlich, ja, das sagt er jetzt vielleicht selbst, das hat was mit Narration für den Film zu tun und ich freue mich jetzt sehr auf seinen Vortrag, Philipp Knaus. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit bekomme, jetzt und hier über dieses Buch, das ganz frisch erschienen ist, zu sprechen und über das, was der im Kern, da hält es jemand hoch, sehr schön, dieses neuen Ansatzes ausmacht, die elf Erzählkonzepte. Ich teile mal eben noch meinen Bildschirm, wenn Sie gestatten. Ja, die elf Erzählkonzepte ist vor wenigen Tagen erst erschienen und daher ist das wirklich eine Art Buchpräsentation, eine Premiere. Es gibt bis auf die Personen, die an der Produktion des Buches selber beteiligt waren, also noch kaum jemand, der das gelesen hat. Das ist also für mich mindestens so aufregend und spannend und interessant wie für Sie, weil mich natürlich interessiert, ob das, was ich mir da ausgedacht habe, verstanden wird und angenommen wird. Elf Erzählkonzepte. Jedem Film, der jemals gemacht wurde und jedem Film, der jemals gemacht wird, wohnt, sage ich, mindestens eines dieser elf Erzählkonzepte inne. Das ist erst mal die Behauptung, die ich aufstelle und den Beweis versuche ich eben anzutreten in dem Buch. Und ich kann nichts dafür, auch wenn ich der Autor bin, der Alleinige dieses Werks, dass es elf Erzählkonzepte sind und nicht irgendwie eine runde, glatte Zahl, zehn oder zwanzig. Denn ich habe diese Erzählkonzepte nicht erfunden, sondern gefunden. Ich habe, wie ein Archäologe, halt im Dreck, diesmal nicht im Dreck gebuddelt, sondern eben das filmische Geschehen betrachtet und analysiert. Und diese elf Erzählkonzepte existieren also schon seit langer Zeit. Die haben nur keinen Namen und es hat sie bisher noch niemand in einer Gesamtsystematik so zusammengefügt und auch gesagt, es sind elf an der Zahl. Das ist das, was ich mit diesem Buch versuche klarzumachen, dass es sich eben um eine geschlossene Systematik handelt. Und wenn ich sage, es ist eine neue Systematik, fragen Sie sich vielleicht, ja, was sind denn, sei mir gar nicht bewusst, dass es auch andere und also alte Systematiken gibt, um Narration von Film und Filme grundsätzlich irgendwie zu systematisieren. Da kann ich Sie auch erstmal beruhigen, also ich bin sicher, Sie kennen zumindest einen dieser Begriffe, neben denen ich diese Erzählkonzepte stelle. Um Gottes Willen darf man nicht falsch verstehen, ich sage nicht, dass diese alten Systematiken damit obsolet sind, ganz im Gegenteil. Ich sehe das als sinnvolle Ergänzung, eine neue Terminologie, eine neue Systematik, um über Film zu sprechen aus der Perspektive des Filmanalysten, desjenigen, der versucht, dem Mediengeschehen gegen die Herr zu werden und diesem Überangebot vor allem eben auch an Film. Und die andere Perspektive, die man einnehmen kann, ist eben die, deshalb ist der Untertitel auch Narration von Film entwickeln und verstehen. Das, was ich als Filmproduzent eben lange Zeit und immer wieder auch aus verschiedenen Positionen heraus, mal als Autor, mal als Produzent erlebt habe, diese Phasen, die sich über Jahre und Jahrzehnte ziehen können, der Stoffentwicklung. Ich halte diese Phase der Filmproduktion allerdings auch wirklich für die, nicht nur intellektuell anspruchsvollste, sondern auch für die reizvollste und habe als Produzent auch schon immer den danach folgenden Teil des Finanzierens und Drehens eher als notwendiges Übel interpretiert. Jetzt widme ich mich ganz und gar mit meiner Kraft und meiner Zeit eben dieser, ich finde, entscheidenden Phase der Filmherstellung, die Narration von Filmen geschaffen wird, von kreativen Menschen, die im normalen Fall miteinander um die funktionierende Narration ringen. Und dafür, da sehe ich eben das Hauptanwendungsgebiet auch dieser Erzählkonzepte und dieser Gesamtsystematik, die man eigentlich immer als Ganzes sehen muss, für diese Briefbuchautoren, Regisseure, Produzenten, Dramatoren und auch Redakteure, für die mache ich das in erster Linie, für die ist das ein Angebot. Beschäftigt euch mit dieser Terminologie und dem, was dahinter steht, denn ich bin fest davon überzeugt, dass das diese Prozesse, diese Entwicklungsprozesse beschleunigen kann, effektiver machen kann und dass da ganz viele Missverständnisse es immer gibt, wenn Sie über ein sozusagen ungelegtes Ei sprechen, nämlich einen Film, der noch gar nicht so richtig da ist, dass wir einen großen Teil dieser Missverständnisse damit ausräumen können und auf diese Art und Weise die Kommunikation über diese Knetmasse, die dabei ist, sich zu formen, dass wir diese Kommunikation dadurch verbessern können. Und die Filmanalyse, klar, wir sind alle in erster Linie unabhängig davon, was wir beruflich machen, Medienkonsumenten, wir gucken Filme und wenn Sie sich hier eingeklinkt haben, dann gucken Sie freiwillig und gerne und mit Leidenschaft vermutlich Filme und interessieren sich für die Narration, die da drin steckt. Und insofern analysieren wir Filme unweigerlich und haben auch möglicherweise ein bewusstes Empfinden darüber, dass wir Filme bestimmter Art besser finden und lieber gucken und eher, wenn wir auf Netflix oder Amazon sozusagen die freie Auswahl haben, das Menü, eher Filme bestimmter Art anklicken als andere Art. Das heißt, diese Systematik, die wir alle kennen und benutzen, ist die Systematik des Genres. Das ist dieser Begriff und ich bin fest davon überzeugt, dass der eben ganz und gar nicht obsolet wird, dadurch, dass ich mit einer neuen Terminologie daherkomme. Im Gegenteil, ich halte Genre-Kompetenz für eine der Schlüsselkompetenzen im heutigen Medienzeitalter, weil das Überangebot so groß ist und weil es, obwohl wir goldene Zeiten erleben für Menschen, die gerne Geschichten hören und sehen, wir eben mehr und mehr einfach als Konsument von Film, von Bewegtbild in die Lage versetzt werden müssen, zu sortieren. Wir können diese Arbeit, diese Aufgabe nicht ganz und gar Netflix überlassen, auch wenn ich das persönlich sehr schön und charmant finde, dass Netflix mich jetzt langsam kennt und weiß, was ich will. Man kann diesen Mechanismus übrigens auch umgehen und kann à la carte essen bei Netflix. Sie können da einen Code eingeben und dann selber nach Genres und Subgenres sortieren. Eine Funktion, die ich seit kurzem erst kenne, aber schon ein paar Mal genutzt habe und das würde ich Ihnen auch empfehlen. Diese Codes finden Sie relativ leicht im Internet. Das ist nicht illegal und verboten, aber Netflix möchte ja gerne die Hoheit über all diese Entscheidungen behalten und bindet Ihnen das deshalb nicht auf die Nase, aber sie existieren und ich finde das sehr reizvoll. Also Genre. Sie sehen hier eine nicht willkürliche, aber doch irgendwie unvollständige Aufstellung von zwölf Genres. Und hierbei interessant ist dann auch noch der Verlauf eben der Popularität dieser Genres über die Jahre und Jahrzehnte, wo man Erstaunliches feststellt, zum Beispiel beim Western, dass der also mal das gesamte Kino-Geschehen damals bestimmte und dann plötzlich gar nicht, nur noch eine Nischenexistenz führt. Andere Genres ergibt es viel auf und ab und so grundsätzlich scheint alles zu steigen. Also Genres sind nach wie vor oder der Genrebegriff als Ganzes sind nach wie vor die Systematik, mit der wir versuchen, Filme zu sortieren und Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wer welche Filme gerne guckt. Bei sich selber und wenn Sie im Marketing, im Vertrieb von Filmen sind, dann noch umso mehr. Da geht es eben darum, das richtige Produkt an den richtigen Konsumenten dran zu bringen. Es werden beim Genre, also wenn Sie das überspitzt formulieren wollen, gar nicht die Filme sortiert, sondern wir als Konsumenten werden sortiert. Das ist eine offene Systematik. Hier stehen zwölf, es könnten aber auch 22 sein. Und wenn Sie noch Subgenres dazu denken, dann können Sie bei einer Zahl landen, irgendwie bis zu 30 oder 40 Genres und Subgenres. Das könnte unübersichtlich werden, aber für je nachdem, was für eine Fragestellung Sie haben, kann es gut und nötig sein, sich mit all diesen Genres auseinanderzusetzen. Manche Medienteoretiker gehen auch den umgekehrten Weg und auch der ist sehr erkenntnismährend, nämlich zu sagen, wenn wir all diese Abstraktionsebenen, über die man hier springen muss, mal klarziehen und sagen, ich bin auf einer Abstraktionsebene, nämlich der, mit welcher Emotionalität ein Film daherkommt, dann landen Sie eigentlich nur noch bei drei Genres, nämlich beim Thriller, bei der Komödie und beim Drama. Der Thriller will Spannung erzeugen, das Drama will Berührung, Anteilnahme erzeugen und bei der Komödie soll ich lachen. Und dann können Sie davon ausgehen, man könnte sogar zu Diskussionen stellen, ob der Thriller echt noch ein Genre ist. Ich glaube, dass man sogar bei Drama und Komödie bleiben könnte, aber sei es drum, Sie können von dieser Abstraktionsebene ausgehen, das dann runterbrechen und sehen dann, dass viele Genres eher mit dem Setting zu tun haben, in dem Filme spielen. Und gar nicht so viel Aussagen über das, was da eigentlich erzählt wird in den Geschichten, in den Musicalen. Da geht es drum, da tanzen und singen die Menschen, aber was passiert in den Musicalen? Meistens geht es um Liebe. Vielmehr können Sie von dieser Darstellung eines Genres gar nicht ableiten, und beim Western ebenso, bei Action schon gar nicht. Und bei Crime, also das gibt ja nun auch Crime, was gleichzeitig Comedy ist, und Sci-Fi, was gleichzeitig Action ist. Also die ist, es ist eine gute und wichtige Kategorie und die wird rauf und runter bespielt. Und ich kann nur dazu ermuntern, sich Medienkompetenz im Genre anzueignen. Da stehen wir auch vor allem im Medienstandort Deutschland, im Filmstandort Deutschland nicht besonders gut da. Wir haben diesen Bereich, glaube ich, vernachlässigt, was die Entscheider angeht, weil auch das immer wieder verwechselt wird mit dem sogenannten Genre-Film, den ich auch nicht irgendwie als Nische abtun möchte, ganz und gar nicht, im Gegenteil. Aber das ist nicht dasselbe. Der Genre-Film, was das ist, darüber lässt sich auch trefflich streiten und diskutieren. Aber wenn man alle Genres zusammenzählt, die sich zum Genre-Film zählen lassen, dann bleibt ja eigentlich nur noch das Drama übrig. Und Sie sehen, dass also auch da eine gewisse Inkonsistenz der Systematik vorherrscht. Nichtsdestotrotz, die Beschäftigung mit dem Genre, die halte ich eben für mehr und mehr, nicht nur wegen Netflix und Amazon, sondern wegen der Gesamtheit des medialen Überangebots für eine Schlüsselkompetenz. Nichtsdestotrotz möchte ich dem eben eine neue Systematik nebenan stellen quasi als dritte Säule. Aber zuerst mal noch, wenn Sie gestatten, die andere Systematik, eine geschlossene Systematik, die Ihnen vielleicht bekannt ist, vielleicht aber auch nicht, eher was für die Spezialisten, die sich schon mal mit Narrationen, vor allem eben für Filme auseinandergesetzt haben und da ein paar Bücher gelesen haben, das nennt sich eben, das ist der Masterplot. Da gibt es zwei, den Ronald B. Tobias, der schon vor einigen Jahren das Standardwert sozusagen zum Masterplot geschrieben hat und sagt, es gibt 20 Stück und nicht mehr. Und alle Filme, alles, was jemals gemacht wurde und gemacht wird, steckt in einem dieser Masterplots drin. Und dann gibt es ein paar Jahre später einen Black Snyder, ein weiterer Drehbuchguru, der ein sehr bekanntes und ungemein erfolgreiches, zu Recht erfolgreiches Buch übers Drehbuchschreiben geschrieben hat und der aber nur so am Rande nebenbei diese etwas flapsig anmutenden Begriffe für nur zehn Masterplots anbietet. Die sind aber nicht weniger durchdacht und das ist nicht weniger klug. Also es ist nicht so, dass der eine Recht hat und der andere Unrecht. Ganz und gar nicht. Beide Systematiken kreisen um dasselbe und beide haben ihre Berechtigung. Und wenn Sie sich die Masterplots jetzt, nehmen wir mal von dem Ronald B. Tobias kurz vergegenwärtigen, dann stehen da Begriffe, die auch Motive sein könnten. Eigentlich alles, was da steht, könnte auch ein Motiv sein. Also nehmen wir die Rache. Die Rache ist natürlich auch ein Motiv. Und es ist dem Ronald B. Tobias natürlich klar gewesen, dass Rache, wenn Sie es als Motiv betrachten, ist es eins. Wenn Sie es als Masterplot betrachten, dann ist es ein Masterplot. Das ist nicht entweder oder, sondern es ist natürlich beides. Und bei einem solchen Film wie die Rache, also bei einem Film, die dem Masterplot, die Rache zugrunde liegen, denken Sie an Gladiator oder an Braveheart, finden Sie natürlich Parallelen auch in der Dramaturgie. Auch wenn da unterschiedliche Geschichten erzählt werden, sehen Sie, dass diese Systematik des Masterplots sehr viele Implikationen auf den Bereich hat, der natürlich zentral ist beim Erstellen von Storys, die Dramaturgie. Masterplots darf man dieses Konzept von Masterplots nicht mit Dramaturgie-Konzepten verwechseln. Da gibt es, wie gesagt, Wechselwirkungen, aber verwechseln darf man sie nicht. Und Gleiches gilt auch für die Erzählkonzepte, die ich Ihnen gleich zeigen werde. Ich werde Ihnen das nicht vorenthalten, keine Sorge. Aber von diesem Bereich Dramaturgie muss man diese Systematiken immer abgrenzen und sich darüber klar sein, dass es natürlich Implikationen gibt in beide Richtungen. Sie sehen hier noch weitere Begriffe, die muten fast an wie literarische Grundmotive. Die Reifung, die Liebe, die verbotene Liebe. Also da ist wohl von Romeo und Julia die Rede. Und ganz unten Aufstieg und Fall. Da können Sie auch den Shakespeare-Rauf und runterdeklinieren. von Richard III. oder ähnliche Stoffe. Bei diesen zehn Masterplots von Blake Snyder, sage ich eben, die sind genauso scharf durchdacht und präzise, auch wenn dort erst mal auch sehr unterschiedliche Filme als Beispiele genannt werden. Aber das hat trotzdem Hand und Fuß. Also beim Monster in the House sind es natürlich die Monsterfilme wie Jaws und Alien. Bei Dude with a Problem redet er aber auch von Schindlers List und bei Hardt. Das war Filme, die man jetzt nicht unbedingt in einen Topf schmeißen würde. Aber was die narrativen Grundstrukturen angeht, die wirklich den Urschleim des Erzählens, dann finden Sie in der Figur, in der Hauptfigur und in den Konflikten, die eine solche Hauptfigur durchlebt und durchleidet, große Parallel. Also das ist eine tolle Leistung. Filme aus unterschiedlichen Genres, die ganz unterschiedlich daherkommen, ganz unterschiedlich vermarktet werden. Da an der Wurzel, auch da, wo Kreativität in einer ganz frühen Phase, wo wir nicht dabei waren, aber wo Menschen Ideen hatten und die entwickelt haben miteinander, wo an dieser Wurzel Gemeinsamkeiten existieren. Das Ex-Post rauszufinden und in eine solche Systematik zu packen, ist eine große Abstraktionsleistung, für die wir diesem leider verstorbenen Blake Snyder sehr dankbar sein müssen. Also, spätestens nachdem Sie mein Buch gekauft und gelesen haben, und zwar für die ganze Familie, deshalb bald Weihnachten, sollten Sie sich, wenn Sie diese beiden Herren noch nicht kennen, deren Bücher besorgen und lesen. Das ist sehr erkenntnismähernd, um eben dieser Frage auf den Grund zu gehen, was Filme im Innersten zusammenhält und was dazu führt, dass manche Filme sie berühren und funktionieren und dass Filme erfolgreich sind und das bei anderen Filmen nicht funktioniert und nicht immer klappt. Und das, obwohl auch manchmal die Beteiligten talentierte, gute Leute sind, die ja schon zweimal, dreimal, viermal bewiesen haben, dass sie es eigentlich können. Immer wieder geht auch etwas schief. Und das lässt sich auch nicht in Gänze vermeiden und verhindern, aber ich bin eben fest davon überzeugt, es gibt die Möglichkeit und die Notwendigkeit, mit einer funktionierenden, überzeugenden Terminologie diese kreativen Prozesse zu fördern und zu optimieren. Und da komme ich in dem nächsten Schritt eben zu, den elf Erzählkonzepten, die ich Ihnen hier zeige. Das sind keine Masterplots und das ist eben auch kein Dramaturgie-Konzept, keine Bauanleitung. Das ist diese Elf, von denen ich gleich noch peu a peu, Schritt für Schritt nacheinander kommen möchte. Das ist keine Bauanleitung für ein Drehbuch. Sie können das nicht wie das Beatsheet von Black Snyder, das letztendlich auf etwas wie der Heldenreise basiert, also eine Ausdifferenzierung von Ein-Akt, Zwei-Akt, Drei-Akt-Strukturen, Fünf-Akt-Strukturen, wo Sie also letztendlich 14 oder 16 Dot-Points genau definieren und sagen, in welcher Reihenfolge, an welcher Stelle die zu kommen haben. Das finden Sie in dieser Ausprägung hier nicht. Es geht nicht in erster Linie um Dramaturgie. Vielleicht ist es am ehesten vorstellbar, wenn ich sage, dass die Dramaturgie so etwas wie das Gerippe einer jeden Geschichte ist und das Erzählkonzept sagt Ihnen, was das Fleisch am Gerippe ist. Ich lasse das mal so stehen und hoffe, dass wir vielleicht, dass Sie ein bisschen nachvollziehen können, was ich mit Erzählkonzept meine, wenn wir uns die mal anschauen. Wir werden sicherlich nicht über alle reden können, aber die Gewusst-Wie-Geschichte ist ein Erzählkonzept, dass ich das auch, also die Reihenfolge ist die Reihenfolge, wie die Kapitel auch im Buch angelegt sind. Das hat aber eher einen didaktischen Hintergrund. Es geht nicht darum, dass das eine wichtiger oder besser ist oder quantitativ häufiger vorkommt. Aber die Gewusst-Wie-Geschichte, darüber möchte ich Ihnen gerne etwas erzählen. Das beste Beispiel, über das ich auch ein paar Worte verliere in dem Buch, für eine moderne, gelungene und auch sehr erfolgreiche Gewusst-Wie-Geschichte ist der Marsianer, Rettet Mark Watney. Die Geschichte von einem Astronaut, der auf dem Mars strandet, verletzt, ohne was zu essen und er hat auch keine Rakete, um nach Hause zu fliegen und der es trotzdem schafft, zu überleben und zurückzukommen auf die Erde. Dieser Mensch hat mit Kompetenz und großer Härte Probleme zu lösen, und zwar technische Probleme. Es geht nicht um soziale und moralische Probleme. Das Gegenstück in der Narration zu einem technischen Problem ist ein moralisches oder ein soziales Problem, die manchmal auch miteinander verquickt sind. Mark Watney ist allein auf dem Mars. Da gibt es keine Moral und keine sozialen Konflikte. Die gibt es in den B-Plots auf dem Raumschiff und auf der Erde, wo besprochen wird, wie sie ihn retten. Aber Mark Watney alleine, er ist eine eindeutige Hauptfigur, der die meiste Screentime hat und die meisten Probleme zu lösen hat, muss das mit technischem Verstand, mit Kompetenz. Wenn ich also jetzt ein Narratologe wäre und ein Buch für die Wissenschaft hätte schreiben wollen mit dem gleichen Thema, dann hätte ich dieses Konzept vielleicht eher das Kompetenzkonzept genannt, aber ich orientiere mich da an Black Snyder und wollte es ein bisschen flapsig haben, aber Flapsigkeit ist ja nicht Unpräzision, sondern einfach nur ein anderer Stil. Sie können fast jeden, oder nein, Sie können 100 Prozent aller Filme, die Überlebensdramen sind, unter diesem Erzählkonzept subsumieren. Sie können ganz viele Actionfilme unter diesem Erzählkonzept subsumieren. Sie können auch viele Krimis unter diesem Erzählkonzept subsumieren. Geschichten also, in denen zwar auch irgendwie Mörder oder Verbrecher gesucht werden, aber Sie nicht die Frage beantwortet haben wollen, wer war es denn? Das ist möglicherweise von Anfang an klar, sondern Sie schauen Kompetenten, Polizisten und Ermittlern bei der Arbeit zu und sehen deren Ermittlungstechnik. Es geht nicht um das Was. In diesen Geschichten, in diesen Gewusst-Wie-Geschichten, die sehr weit verbreitet sind im Fernsehen, denken Sie an Serien wie CSI oder Criminal Intent oder noch vor Jahrzehnten sowas wie das A-Team oder MacGyver. In diesen Geschichten geht es nicht darum, dass Sie nicht wissen, wie es ausgeht und Sie um den Helden fürchten müssen. Sie wissen, wie es ausgeht. Sie wissen auch bei der Marsianer, dass der das schafft, dass der überlebt. Trotzdem ist das verdammt spannend, ihm zuzugucken und die Entspannung entsteht, dadurch, dass er in Todesgefahr ist die ganze Zeit. Wenn Sie wissen und wenn ich Ihnen den Film sozusagen vorher gespoilt hätte und sage, der schafft es aber, dann mindert das Ihr Rezeptionsvergnügen nicht. Und das ist bei anderen Geschichten, wie Sie wissen, zum Beispiel dem Erzählkonzept, das als nächstes kommt, natürlich ganz und gar nicht der Fall. Im Gegenteil. Das ist das Besondere an dieser Gewusst-Wie-Geschichte als Erzählkonzept, dass Sie eine besondere Konstellation der Hauptfigur oder sagen wir, des Protagonisten oder manchmal sind es eben auch mehrere, das ist durchaus möglich, eine besondere Konstellation der Konflikte und der Lösung dieser Konflikte für eine solche Hauptfigur haben. Diese Geschichten haben alle ein Happy End. Es gibt keine Gewusst-Wie-Geschichte, die kein Happy End hat. Ein Held des Gewusst-Wie ist James Bond. Der hat nun mal wirklich Kompetenzen und auch wenn Sie nicht genau wissen, was in dem Film, der jetzt ja schon mehrmals im Kino leider nicht lief und verschoben wurde durch die Corona-Krise, werden wir ja auch alle nicht genau wissen, was da drin passiert und nur spekulieren können und alle ganz gespannt sind. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass der am Ende also nicht stirbt, sage ich Ihnen, ohne dass ich den Film gesehen habe, dann sind Sie mir auch nicht böse, dann habe ich den nicht kaputt gespoilt. Es geht nicht um das Was. Wir wissen, dass James Bond es schaffen wird, den Bösewicht zu killen. Es geht eher darum, wie er das macht, mit welcher Kompetenz. Und das ist eine Gemeinsamkeit, eine Struktur, die Sie eben in vielen Filmen auch unterschiedlicher Genres, also vom Überlebensdrama bis hin zur Abenteuergeschichte und sehr vielen Action-Geschichten und sehr vielen Action-Reihen eben auch, wo Sie das immer wieder finden, in diese Struktur. Und wenn Ihnen, wie gesagt, dieser Begriff erzählt, die gewusste Wie-Geschichte nicht klar genug ist, dann denken Sie daran, dass es um die Kompetenz von einer Hauptfigur oder mehreren Hauptfiguren geht, mit der technische Probleme gelöst werden. Ja, ein sozusagen Gegenbeispiel wäre das Erzählkonzept, das als nächstes dort steht, die Plausibilisierung. Das ist ein, zugegebenermaßen, ein bisschen unschönes Wort. Da steckt plausibel drin und der Begriff plausibel ist natürlich bekannt und in diesen Sitzungen, die man hat, mit Autoren, Redakteuren, Regisseuren und so weiter, wird da immer auch davon gesprochen, dass Figuren und deren Motivationen plausibel sein müssen und die Handlungsorten und alles, ja, Plausibilität ist ein, nicht banales, aber ein, unstreitbar, ein Ziel, das Sie herstellen wollen, wann immer Sie Narration herstellen. Aber die Plausibilisierung impliziert etwas anderes. Deshalb steht da auch, wie Sie sehen haben, immer ein kleines Mini-Motto einem Erzählkonzept voran, was zur Hölle ist hier los und dann, aha. in Plausibilisierungsgeschichten läuft ein Großteil der Handlung und ich rede nicht irgendwie von dem ersten und dem zweiten Akt, sondern ich rede von 90, 95 Prozent der Handlung. Da läuft Handlung ab, die unplausibel ist, ohne dass das Sie als Zuschauer stört. Das darf natürlich nicht geschehen. Das ist die große Kunst und Schwierigkeit dabei. Aber in diesen Geschichten läuft Handlung ab, die unplausibel ist und die meist in Form eines Twists dann plausibilisiert, wird. Also die unplausible Handlung soll nicht versteckt werden und kaschiert werden oder geändert werden, sondern die ist ein unabdingbarer Teil der Handlung eines solchen Films. Ich nenne Ihnen spontan zwei Beispiele. Das sind beides natürlich Thriller. Wir sind da fast immer im Thriller, wo es um Existenzielles geht und Todesgefahr. Also Seven oder Angel Heart ist ein Film, der auch, wenn er schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ein Paradebeispiel für dieses Erzählkonzept ist, wo Sie sehr spät und zwar so spät wie möglich, wenn Sie es gut machen, eine Auflösung erfahren, einen echten Twist, der Ihnen diese Geschichte unter einem ganz anderen Licht erscheinen lässt und wo Sie die gesehene Handlung umdeuten können. Der Twist als besonderer Plotpoint, es wird oft Plotpoints als Twist bezeichnet, die eigentlich gar keine sind, aber der Twist als besonderer Plotpoint dreht eben wirklich Handlung um. Das ist nicht nur ein Punkt, an dem eine bestimmte Entscheidung getroffen wird und irgendwie ein Point of no Return gibt, sondern der dreht gesehene Handlung von Figuren, den gibt er eine andere Bedeutungsebene. Und es gibt genau drei Arten von Twists. Auch das etwas, was ich in der einschlägigen Literatur so noch nicht gefunden habe, was ich durch diese Perspektive, die ich einnehme mit Erzählkonzepten eben festgestellt habe. Es gibt drei Arten von Twist, den Rollentwist, den Weltentwist und den Identitätstwist. Und auch wenn die Zeit jetzt vorangeschritten ist, möchte ich diesen Punkt gerne noch machen. Sie werden möglicherweise diese Filme alle kennen, weil das sind bekannte Filme, die auch wenn sie ein paar Jahre älter sind, wenn sie sie einmal gesehen haben, Eindruck hinterlassen. Ein solcher Twist, ein solcher Plotpoint, den vergessen sie nicht. Sie vergessen vielleicht viel von der Hand und vorne weg, aber an diesen Plotpoint erinnern sich Menschen noch Jahre und Jahrzehnte noch. Deswegen ist das eben eine sehr große Leistung und eine ausgesprochen anspruchsvolle, kreative Leistung, solche Geschichten zu entwickeln. Die Filme, die dabei rauskommen, müssen nicht immer anspruchsvoll sein. Die Herstellung auf kreativer Seite ist ungemein anspruchsvoll. Der Rollentwist. Denken Sie an Zeugin der Anklage oder Zwielicht oder auch ein berühmtes Beispiel der Horrorfilm The Wicker Man. Da wird die Rolle, die einer Figur in einer Geschichte zugeordnet wird und häufig, wenn es darum geht, ein Geheimnis zu entlüften, gibt es eine Ermittlerfigur, es muss kein Detektiv und Polizist sein, aber es gibt einen Ermittler, es gibt Zeugen, es gibt Opfer und es gibt einen Täter. Und diese Konstellation von Ermittler, Zeuge, Opfer, Täter, da wird einmal das Karussell gedreht und plötzlich stellt sich raus, dass der Zeuge das Opfer, der Ermittler der Täter und der Täter der Ermittler ist. Zwielicht, Zeugin der Anklage oder The Wicker Man einen von diesen Filmen werden Sie vielleicht kennen und dann feststellen, dass dort eben ein solcher Rollentwist stattfindet. Die nächste Art von Twist, die Sie in diesem Erzählkonzept der Plausibilisierung finden, ist der Weltentwist. Der berühmteste Weltentwist, da muss ich Ihnen nur ein Beispiel nennen und dann werden Sie, glaube ich, wissen, was ich damit meine, ist Planet der Affen. In der letzten Einstellung des Filmes, ich meine wirklich den alten Film von 1968 oder so, in der letzten Einstellung Sie erfahren, dass der Planet, auf dem diese ganze Handlung stattgefunden hat, mit Affen, die also über die Menschen herrschen, was ja erstmal ganz viel unplausibel ist, aber auf einem fernen Planeten kann das ja der Fall sein, dass dieser Planet die Erde ist, die zukünftige Erde, die verwüstet wurde und dass die in einem postapokalyptischen Zeitalter eben die Affen die Macht übernommen haben. Das ist zu Recht der berühmteste aller Welten-Twist. Und der Identitätstwist ist ein filmisches Großereignis, das mehrmals versucht wurde, aber nur achtmal bisher in der Filmgeschichte gelungen ist. Es gibt genau acht Filme, die einen Identitäts-Twist hinkriegen. Und ich nenne Ihnen mal diese Filme und dann sage ich Ihnen, was den Identitäts-Twist noch vom Rollentwist unterscheidet. Das ist der Film Angel Heart, den ich schon erwähnt habe. Das ist The Sixth Sense and the Others. Das sind die Filme Moon und Oblivion und die Filme Shutter Island, Fight Club und der Horrorfilm Wir. Wobei Wir ein Wackelkandidat ist, aber das lassen wir mal aus dem Tor. In The Others und The Sixth Sense ist der Identitäts-Twist derselbe. Und diese Filme sind ja auch ungefähr zeitgleich entstanden. Wir können nicht mehr herausfinden, wer da von wem abgekupfert hat. Das ist auch egal. Das sind beides Meilensteine der Erzählkunst. Die Hauptfigur erfährt an in diesem Twist ganz am Ende des Films, dass sie kein Mensch ist, sondern ein Geist. In dem Film Moon und Oblivion erfährt die Hauptfigur auch sehr spät, nicht an der allerletzten Szene, aber als letzten massiven Plotpoint, und dass sie kein Mensch ist, sondern ein Klon. Und in Angel Heart erfährt eine Figur eben, dass sie auch eine andere Identität hat. Und in Shutter Island ist das genauso und in Wir trifft das auch zu. Diese Form von Twist, der mit der Hauptfigur zu tun hat, mit der wir uns identifiziert haben, mit der wir für 90 Minuten durch eine Filmhandlung spaziert sind. Ein solcher Twist, der die Identität dieser Hauptfigur umdeutet, das ist mit die größte narrative Leistung, die sie schaffen können. Und einen solchen Twist, wenn Sie den einmal gesehen haben, vergessen Sie den nie wieder. Es gibt einige Beispiele von Filmen, die das versuchen und daran scheitern, aber diese acht Filme schaffen das und sind deshalb eben auch in diesem Kapitel der Klausibilisierung die Beispielfilme. Ja, an diesem Punkt mache ich erstmal den harten Cut. Wie Sie sehen, gibt es noch viele weitere Erzählkonzepte, die sich auf ähnliche Art und Weise identifizieren lassen und miteinander in Relationen bringen lassen. Und ich tue das immer anhand von Filmbeispielen. Ich versuche, so viele Beispiele wie möglich zu geben, damit möglichst irgendeiner dieser Filme gekannt und bekannt ist. Ohne diese Beispiele im Rücken wird es natürlich schwierig, auch diese abstrakten Ebenen nachzuvollziehen, was Erzählkonzepte sind und was sie voneinander unterscheidet und in welcher Weise wir sie benutzen können, um die Narration von Filmen und uns der analytisch zu nähern und Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszudestillieren. Ich danke Ihnen erstmal sehr für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich nicht nur verwirrt habe, sondern Interesse geweckt habe, sich näher und tiefer mit diesem Ansatz zu beschäftigen und freue mich sehr auf Ihre Fragen. Vielen Dank bis hierher. Vielen Dank. Da war die Frage, die war an mich privat gestellt, aber die war, glaube ich, an den Referenten gerichtet. Wo würden Sie die The Usual Suspects einordnen? Ja, The Usual Suspects, ja, der wird häufig als hudannet bezeichnet, aber das ist er gar nicht, denn es geht zwar auch um die Identität einer Figur, die unbekannt ist, aber The Usual Suspects ist sehr eindeutig einzuordnen in das letzte der Erzählkonzepte, nämlich synthetische Narration. Das ist auch eine der Königsdisziplinen des filmischen Erzählens hochkompliziert, deshalb, wenn Sie das Motto sozusagen sich kurz angucken, los, hier ist Hölle zur was, das ist ja kein richtiger Satz, da werden also die Worte umgedreht, das heißt, das sind verschiedenste Techniken, ich nenne zehn in diesem Kapitel, wie man mit den Parametern Zeit und Perspektive sehr frei umgehen kann und trotzdem eine stringente Geschichte erzählen kann. Und bei The Usual Suspects haben wir eine Technik dieser zehn Unterarten und Mechaniken des synthetischen Erzählens und das ist der unsichere Erzähler. Sie sehen ja bei The Usual Suspects einen Großteil der Handlung, nämlich alles, was nicht in dieser Rahmengeschichte, die eine Verhörssituation ist, alles, was dort stattfindet, ist ja ausgedacht und so nie passiert. Es ist irgendwas anderes passiert und wir wissen überhaupt nicht, was passiert ist auf dem Schiff und davor. Das ist alles von einem genialen kriminellen Superbrain ausgedacht, improvisiert in dieser Befragungssituation. Und trotzdem haben wir diese Geschichte gesehen, fanden die spannend und sind auch nicht böse, wenn dann dieser Twist kommt, aber das ist keine Plausibilisierung, sondern auf Grundlage dieses Elements des unsicheren Erzählers, wo sie also Handlungen sehen, die so nie stattgefunden hat, bewegen wir uns da in diesem Erzählkonzept der synthetischen Narration. Wir haben noch eine Frage von Veit Schüle. Sind ihre Konzepte ihrer Meinung nach nur auf längere Spielfilme anwendbar oder auch auf Kurzfilme und Branded Spots zum Beispiel? Nein, ich mache gar keine Unterscheidung zwischen den Formaten Spielfilme, Serie oder Reihe, da die Beispiele geht auch wild durcheinander. Natürlich gibt es Erzählkonzepte, die sie eher in abgeschlossener Handlung vorfinden. Die Plausibilisierung ist so ein Beispiel. Aber ich habe natürlich auch viele Beispiele auch aus anderen Formaten. in einem Erzählkonzept, nämlich den Filmen mit übergeordnetem Zweck, da finden sie auch wirklich also fast alles, was sie an Formaten sich vorstellen können vom Kurzfilm, selbst über Videoclips, Dokumentationen, Reportagen. Ich versuche wirklich das gesamte filmische Geschehen hier abzudecken, wobei ich eben klar einen Fokus auf Fiktion habe und all die anderen Filme auch mit meine und ich will das jetzt nicht so in einem Sammelkonzept irgendwie alles abfrühstücken, aber Filme mit übergeordnetem Zweck, der Name sagt schon in gewisser Weise, also Filme, die nicht nur als sozusagen künstlerisches Medium fungieren, sondern etwas verkaufen wollen, die jemand bestellt hat, wo jemand sagt, ich brauche einen Film über ein Produkt als Imagefilm oder ich brauche eine Dokumentation über ein bestimmtes Thema, ich möchte Informationen transportieren. Alle diese Filme können Sie unter diesem Konzept Filme mit übergeordnetem Zweck subsumieren und auch, Sie können auch Fiction unter diesem Kapitel finden, also wenn Sie an einen Propagandafilm zum Beispiel denken, der hat auch einen übergeordneten Zweck, nämlich er ist Teil einer Kampagne, meistens eine Regierung, die im Krieg ist oder etwas Ähnliches möchte, also Propagandafilme wären auch Filme mit übergeordnetem Zweck. Die nächste Frage wäre von Dominik Christ, die genau die gleiche wollte ich auch stellen, gut jeder Film auf genau einem Konzept oder kann ein Film auch mehrere Mischformen beruhen, also ich dachte da gerade an Der Name der Rose, was ja ein historischer Film ist, aber was ja auch Rudanet ist. Das ist richtig, also das ist ähnlich wie das beim Genre ist und auch bei dem Masterplot, sie haben fließende Übergänge, sie haben natürlich auch Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber sie haben auch sowas wie echte Doppelbelegungen, also Beispiel aus der Filmgeschichte und der Vorlesung Filmanalyse noch von der Filmakademie ist immer Alien, Alien ist keine Mischung aus Horror und Sci-Fi, Alien ist zu 100% Sci-Fi und Alien ist zu 100% Horror, es ist einfach beides. Und so kann es beim Erzählkonzept eben auch sein, es gibt auch Erzählkonzepte, die miteinander gerne sowas wie eine Ehe eingehen, also die synthetische Narration und die Plausibilisierung, ja, Plausibilisierung und Rudanet allerdings schließt sich aus, andere Erzählkonzepte, da knirscht es im Gebälk, aber es gibt durchaus Beispiele, also das ist einer der großen Erkenntnisbereiche, dass es Erzählkonzepte gibt, die miteinander besser und manche, die miteinander schlechter kompatibel sind. Also die kurze Antwort auf die Frage ist ja, Mischungen, fließende Übergänge und Doppel- oder sogar Dreifachbelegungen sind üblich und häufig. Okay, dann haben wir noch eine Frage von Nora-Marie-Borusch. Wann dir aufgefallen ist, dass es diese Konzepte gibt und warum es gerade Elf sind. Also das Erste kannst du wahrscheinlich beantworten, das Zweite wahrscheinlich. Ja, ich kann beides beantworten, also warum sind es Elf? Ich bin zwar der Autor dieses Buches, aber dafür bin ich nicht verantwortlich zu machen, denn ich habe die ja nicht erfunden, ich habe die gefunden. Und wenn sie wie ein Archäologe halt in Dreck buddeln und Elf Goldmünzen finden, dann sind es Elf, dann kann man sie dafür nicht verantwortlich machen. Ich dachte in dem Entstehungsprozess des Buches auch, zuerst, dass es ein paar mehr sind, hatte so 20 irgendwie in einer Konzeptphase und dann hat sich das verdichtet auf 15, auf 10 und dann merkte ich, ich brauche noch ein weiteres und es sind Elf. Also das dazu, die Frage, wann ich sozusagen damit angefangen habe, an diesem Konzept, über das Erzählkonzept zu arbeiten, schon sehr lange. Schon bevor ich Filmproduzent wurde, habe ich mir viele Gedanken zu dieser Frage gemacht und habe eigentlich auch erwartet und gehofft, dass ich das alles in der Einschläge Literatur dann nachlesen kann, aber eben genau diese Perspektive habe ich nicht gefunden und nicht nachlesen können und deshalb musste ich jetzt 20 Jahre, nachdem ich angefangen hatte mit dem Filmbusiness, das Buch schon selber schreiben. Also 20 Jahre sozusagen gedankliche Vorarbeit und der Entstehungsprozess des Buches, das waren ungefähr zwei Jahre. Okay. Der Martin Gebhardt fragt, wie viele Prozent aller Filme du kennst, national, international, den US und den Großbritannienmarkt und ja, ob diese Kenntnis deine Erzählkonzepte beeinflusst hat. Ja, also wie viel Prozent, das kann ich nicht sagen. Ich glaube auch, es gibt viele Menschen, die vor allem, was den Output der letzten Jahre angeht, sehr viel mehr gesehen haben als ich. Das hat bei mir nicht mit sozusagen fehlender Lust zu tun, sondern eher mit fehlender Zeit und das wiederum bestätigte mich ja darin, dass ich sage, ich muss mich mit Genre und mit Erzählkonzept beschäftigen, damit man diese Auswahl, die man dann trifft, besser treffen kann, kompetenter treffen kann. Also, ich mache aber in dem Buch, in jedem Kapitel, das ist sozusagen der letzte Satz eines jeden Kapitels in einem Fazit, eine sehr genaue Aussage dazu, wie viel Prozent oder wie viele Filme aus der Liste der 250 besten Filme von IMDB, die werden Sie möglicherweise kennen, zu diesem Erzählkonzept gehören. Also, quantitative Aussagen mache ich, aber die beziehen sich auf diese 250 besten Liste, die ich übrigens auch jedem ans Herz legen möchte, sich mit der zu beschäftigen. Das ist ja kein Kanon, der entstanden ist durch Analysten oder Kritiker oder Filmproduzenten, sondern wirklich durch die Schwarmintelligenz der User von IMDB und es ist hochinteressant, ich habe mich mit dieser Liste sehr intensiv auseinandergesetzt und es ist hochinteressant zu sehen, welche Filme da stehen, welche Filme da nicht stehen und am interessantesten eigentlich ist zu sehen, welcher Film da auf Platz eins steht und zwar unangefochten und schon seit langem und wenn Sie es nicht wissen, sage ich es Ihnen jetzt, das ist der Film The Shawshank Redemption, Die Verurteilten, ein hervorragender Superfilm, den ich auch gleich auf meine persönliche Bestelliste setzen würde, aber es geht nicht um meinen Geschmack, sondern um IMDB und warum dieser Film dort steht auf Platz 1, das hat mich nirgendwo gefunden, eine schlüssige Argumentation, aber die finden Sie in meinem Buch am Ende. Okay, sehr cool. Die Carla Denzer fragt, ob die Mischformen empfehlenswert seien oder ob nicht Filme vielleicht besser wären, die den Fokus auf ein Erzählkonzept haben. Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt und da gibt es leider keine Hop-oder-Top-Antwort drauf. Also es gibt Filme, denken Sie an Matrix, da stecken sehr viele Erzählkonzepte gleichzeitig drin. Da steckt Worldbuilding drin, da steckt die Plausibilisierung drin, die Was-wäre-wenn-Premisse und das ist ein hervorragender Film. Also die Mischung kann es machen, man muss es eben klug und richtig angehen und sich bewusst sein darüber, was man hier in Händen hält und wie man das mischt. Also Sie finden Mischungen und Sie finden auch sozusagen und in der Beschreibung des jeweiligen Erzählkonzepts habe ich mich sozusagen auch dann immer klar entschieden und gesagt, so das ist jetzt der, das Erzählkonzept sozusagen rein und pur darstellt und es gibt auch eine Mischung, wo Sie zum Beispiel ein Erzählkonzept spät im Lauf der Handlung sich plötzlich zu Wort meldet und wo Sie es eigentlich gar nicht erwartet hätten. Also das Erzählkonzept wirkt sich immer auf den gesamten Film aus, aber es gibt Erzählkonzepte, die mal dominieren und mal weniger dominieren und miteinander sozusagen rangeln und es gibt ganz klare Aussagen zu treffen darüber, welche Erzählkonzepte miteinander nicht kompatibel sind. Ja, also die Fragen häufen sich, wir haben auch noch ein bisschen Zeit, aber das ist ja so, dass das Buch natürlich auf offene Ohren stößt. Eine Frage vom Norbert vom Textlabor wäre, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Brust oder Keule, die Komödie von Louis de Finet, du den kennst, wo sich so eine Komödie, ja, wo sich so ein Episodenfilm einreiht. Ja, ob das ein Episodenfilm ist, also ich habe den Film gesehen, finde den ganz toll und habe den aber jetzt nicht so präsent. Also ich möchte zu meiner sozusagen Verteidigung gleich sagen, dass man da manchmal auch ein bisschen länger drüber nachdenken muss und ich auch viele Filme nach Tagen des Analysierens hin und her geschoben habe zwischen den Schachteln. Bei diesem Film Brust oder Keule von Louis de Finet oder mit Louis de Finet würde ich spontan sagen, dass das eine Was-wäre-wenn-Premisse ist, aber ich kann mich irren. Komödien und Dramen sind meistens Was-wäre-wenn-Premissen. Also das Erzählkonzept, das am weitesten verbreitet ist, fast jeder dritte Film, also 90 ungefähr auf dieser Liste von IMDB, der 250 besten Filme, ungefähr 90 Filme sind Was-wäre-wenn-Premissen. In dieser Was-wäre-wenn-Premisse etwas drinsteckt, was wirklich die Basis eigentlich aller Narrationen ist, nur manchmal dominiert sie eben mehr, nämlich die sogenannten Basisoppositionen, also protagonistische Kräfte, antagonistische Kräfte und der Konflikt zwischen denen. Der wird ja in einer solchen Was-wäre-wenn-Premisse, der etwas folgen muss, formuliert. Und bei Brust oder Keule ist das, glaube ich, der Fall. Aber legen Sie mich nicht darauf fest. Ich werde bis morgen oder übermorgen nochmal drüber nachdenken, vielleicht irre ich mich. Es ist manchmal spannend zu sehen, wie die Filme da nochmal sozusagen aus den Schachteln raushüpfen und sich irgendwo anders einreihen. Wir haben ja auch eine Facebook-Präsenz vom JANA-Institut, JANA-Institut für Narrationsforschung. Wenn du Lust hast, kannst du es ja da kurz posten, wenn du drauf gekommen bist. Okay, mache ich. Den Film möchte ich noch mal sehen. Schon lange her hat er ich den gesehen. Genau. Jetzt kommen wir zu typisch deutsch in Anführungszeichen. Samuel, den Wort nie fragt, welche Erzählkonzepte den deutschen Fernsehen oder Filmmarkt überwiegen. Kann man da Tendenzen erkennen aus deiner Sicht? Ja, ja, also das ist natürlich eine heikle Frage, weil das mir damit auch mit filmpolitischen Dingen zu tun hat und ich habe es so ein bisschen angedeutet, dass ich den Eindruck habe, dass zum Beispiel eben der Genre-Kompetenz zu wenig vorhanden ist. Ja, wirklich wegen auch Miss, eines Missverständnisses, dass nämlich Genre-Kompetenz bedeutet, irgendwie machen Genre-Film oder nicht Genre-Film. Ja, und das ist ja auch schon mal falsch. Und viele dieser Erzählkonzepte führen unweigerlich zu etwas, was man eigentlich Genre-Film nennt, zum Beispiel die Plausibilisierung. Filme, die also auf einen solchen Twist hinauslaufen. Und das finden sie im deutschen Fernsehen selten, aber es gibt auch Tatorte, die waschechte Plausibilisierungen sind. Gar keine Houdunit-Geschichten. Houdunit ist wirklich ein schönes Erzählkonzept, aber das finden sie ganz, ganz, ganz selten. Geschichten, in denen es wirklich darum geht, dass sie einen kompetitiven Wettstreit haben zwischen dem Ermittler und Ihnen als Zuschauer, nicht dem Täter. Dass der den am Ende erwischt, ist Ihnen klar bei Houdunit. Wenn Sie Agatha Christi lesen, wissen Sie auch, dass der am Ende gefunden wird. Sie werden es schon erfahren. Die Kompetition besteht darin, dass der Ermittler klüger ist als Sie, als Leser oder Zuschauer eben, wenn es sich um der Verfilmung handelt, das schneller rauszufinden als Sie. Und das finden Sie heute nur noch ganz selten. Knives out ist so ein Beispiel der letzten Jahre, aber dann müssen Sie schon Jahrzehnte zurückgehen. Also, die Frage nach dem deutschen Film und dem deutschen Fernsehen vor allem, Houdunit finden Sie da kaum noch und Klausibilisierung finden Sie da auch kaum noch, Liebesgeschichten natürlich, und Sie finden da natürlich ganz viele, was wäre wenn, Prämissen, und Sie finden da leider Gottes auch etwas, was ich eben in diesen Filmkonzept, Filme mit übergeordnetem Zweck einordnen würde, nämlich Filme, die Ihnen ein bestimmtes als relevant angesehenes Thema unterjubeln wollen, im Gewand, im Kleid eines Krimis zum Beispiel, oder im Gewand einer Komöde oder im Gewand einer Romantic Comedy werden Themen, die als relevant angesehen werden, eben mittransportiert und der eigentliche Sinn und Zweck des Films ist, über solch vermeintlich relevante Themen zu sprechen. Also, ja, wenn Sie den deutschen Film, und zwar Kino und Fernsehen, kann man da unterscheiden, aber so groß sind die Unterschiede da glaube ich gar nicht, weder qualitativ, noch was die Erzählkonzepte angeht, wenn Sie den betrachten, dann landen Sie bei zwei, drei, vier Erzählkonzepten und alle anderen finden da eher nicht statt. Zum Beispiel auch die exploitative Geschichte. Vielleicht noch kurz der Hinweis, weil die, da kommt noch die Frage, es handelt sich dabei natürlich mitnichten nur um Exploitation-Filme. Das ist eine schöne und interessante, sozusagen, wirkliche Nischenwelt des Kinos und ich halte es auch für wichtig, sich da umzutun. Da gibt es künstlerisch sehr interessante Filme und man muss, glaube ich, auch dieses Mediengeschehen kennen und zur Kenntnis nehmen, aber das sind Exploitation-Filme, das ist nicht jedermanns Sache. Der exploitative Film findet mitten im Mainstream des filmischen Geschehens statt. Exploitative Elemente wegen die Monster oder Gewalt, Naturkatastrophen, Explosionen sind, wenn sie im Zentrum der Narration stehen, manchmal so entscheidend, dass sie eben wirklich dann, dass das dieses Erzählkonzept dominiert, zum Beispiel eben im Film Jaws, der Weiße Hai, würde ich so weit gehen zu sagen, dass das dominierende Erzählkonzept eben die exploitative Geschichte ist. Die wiederum basiert auf einem sehr einfachen Steigerung, einer sehr einfachen Steigerungsdramaturgie. Sie zeigen ein Monster und zwar nur im Dunkeln in Ausschnitten und dann sagt der Zuschauer sich eben, ich will es sehen. Ich will diesen Hai sehen und ich will auch sehen, wie er einen Menschen frisst. Und genau das kriegen sie am Ende des Films nämlich geliefert. Sie kriegen einen Hai und zwar nicht unter Wasser im Dunkeln, sondern am helllichen Tag, der einen Menschen auf sehr unappetitliche und grausame Weise frisst. Und das ist das Versprechen dieses Films, dass er einlöst. Und damit ist er in erster Linie eben exploitativ, ohne Exploitation-Kino zu sein. Das ist einer der besten Filme aller Zeiten, die niemand bestreiten wird. Jetzt würde ich sagen, wir machen noch so ungefähr fünf Minuten und dann machen wir ein Päuschen, was aber nicht heißt, dass während der Kaffee trinken nicht der Chat offen ist, dass du direkt dann antwortest auf die Fragen. Aber jetzt vielleicht noch für die Zoom-Öffentlichkeit gibt es noch die Anfrage von Freit Schüle zur Einordnung. Anni, das machen wir später. Philipp Mut, der Film Oldboy, einer meiner Lieblingsfilme, der würde ja gern wissen, wo man den einordnet und von Ingmar Bergmann Persona. Wenn du es noch gucken musst, dann können wir das über die Facebook-Seite lösen. Ja, nein, auch da, also Oldboy ist eine Plausibilisierung. Das ist eine Geschichte, in der sie auf einen, auf eine Auflösung, auf einen Twist hinfiebern. Sie wissen nicht, was los ist in dieser Geschichte, warum dieser Mann 15 Jahre im Gefängnis ist. Dann kommt er raus und dann will er es rausfinden und er stößt eben dann auf dieses, auf diese schreckliche Geschichte, die mit seiner Vergangenheit zu tun hat und mit seiner Tochter. Das ist eine, ein klassischer Vertreter der Plausibilisierung, Oldboy. Und Persona, ja, den müsste ich mir wirklich noch mal zur Gemüte führen. Natürlich kenne ich diesen Film und da möchte ich mich nicht auch davon stehlen, sondern da haben sie tatsächlich einen Kandidaten gefunden, der, die ich beschreibe unter dem Kapitel der synthetischen Narration, aber es ist eigentlich keine echte synthetische Narration. Das ist ein Konzeptfilm. Es gibt eine verschwindend kleine Anzahl von Filmen, wirklich großer Filmkünstler und Ingmar Bergmann ist ein solcher, ein anderer wäre David Lynch und manchmal auch Aronofsky, Leucheleute, auch Tarkovsky, die machen Konzeptfilme, die nicht sich unserer Analyse ganz und gar entziehen, aber die, deren, die auch, wo Narration stattfindet, die sind nicht rein assoziativ und irgendwie surreal, sondern da werden Geschichten erzählt, da gibt es Plotpoints und Charakterentwicklung und Spannung, aber die verwehren sich ein wenig den dramaturgischen Konzepten und somit auch den Masterplots und auch ein wenig der, dem, dem Erzählkonzept und deswegen benenne ich die klar und sage, das sind Konzeptfilme, da werden Konzepte, wie man eine Geschichte erzählen kann, erfunden für einen einzelnen Film. Manchmal werden diese Konzepte dann auch übernommen, weil sie gut funktionieren und kopierbar sind. Ein solches Beispiel ist der Found-Footage-Film, also wenn Ihnen das geläubt ist, das sind Filme, die eigentlich alle im Horror-Genre stattfinden, aber der erste Found-Footage-Film ist im Blavage-Project und der hat die Horror-Welt nicht nur umgekrempelt und uns gezeigt, dass man mit ganz wenig Geld wahnsinnig effektive Filme machen kann, die gruselig und spannend sind, sondern der hat auf wirklich einzigartige und neue Art und Weise filmisch erzählt, bis hin zum Kamerakonzept und zum Musikkonzept, das nämlich nicht existiert und so weiter und das ist ein Konzeptfilm gewesen, nur wurde dieses Konzept eben dann vielfach übernommen und damit steht er nicht mehr alleine da, sondern hat ein ganzes Subgenre oder Subkonzept begründet und bei Persona ist das nicht geschehen, aber das ist ein Film, der am besten unter synthetischer Marathon und ganz und gar unter dem Stichwort Konzeptfilm zu subsumieren wäre. Ja, Philipp, du merkst, es gibt jede Menge Fragen zu deinem Buch, also du hast mit deinem Buch sozusagen ins Westennest gestochen und das Buch ist bitte nötig, dass es gekommen ist. Wir danken dir jetzt erstmal ganz herzlich für den super Vortrag, großartig. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.